Ich will einmal Oberbürgermeister sein. Ich betreue das Projekt Kinderbeteiligungsworkshop im Lernort Rathaus, ein neues Kinderbeteiligungsformat unseres Büros. Lehrerinnen und Lehrer der dritten und vierten Klassen unserer ästhetischen Grundschulen können sich bei mir anmelden und im Rathaus kommen, ein Ort zum Lernen, Begegnen und Demokratie erleben. Unser Ziel ist es, den Kindern aus bielerischer Art Wissenswertes einerseits und demokratische Werte andererseits zu vermitteln. Wir beginnen um 9 Uhr mit einer interaktiven Vorstellungs- und Begegnungsrunde. Oft kommt auch Frau Bürgermeisterin Martina Wilder zur Gesprächsrunde und die Kinder sind ganz froh und glücklich dabei. Ich freue mich jedes Mal, wenn Augsburger Kinder in unser Rathaus kommen, nicht nur zum Lernort Rathaus, sondern zu unserem wichtigsten demokratischen Ort. Und da ist das Kinderlachen in unserem Rathaus einfach toll. Der Höhepunkt unserer Kinderworkshop ist die Kinderstatter-Sitzung, hier im großen Sitzungssaal. Hier können die Kinder erfahren, wie eine Stadt und Stadtverwaltung funktionieren und was der Stadtrat macht. Einige Kinder kandidieren als Oberbürgermeisterin und Bürgermeisterin. Und da erfahren wir auch, welche Themen für die Kinder wichtig sind. Fußballplätze und Spielplätze. Dass ich alle Kinder hilfreich. Hilfreich. Und sein Wohnen, falls wir uns ein hoher geschätzt haben. Das ist wieder nicht. Der Glück ist. Auf der Tagesordnung steht der Bau eines Kinderspielplatzes. Ich moderiere und führe die Kinder Schrift für Schrift durch. Kinder sind die Erwachsene von morgen. Sie sind die Zukunft, in die wir investieren. Und es gelingt uns ganz gut.